Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind einem vorgestellt. Punk Wars ist das Spiel und wir sind in Vorschau Nummer 4. Ja, es ist jetzt schon mal das dritte Mal, dass ich das starten möchte hier. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass das mir immer abschmiert. Ich weiß nicht warum, aber ist halt so und ich probiere es jetzt noch einmal. Und wenn nicht, dann wisst ihr Bescheid, dann steigt es aus und dann kann ich da nicht weiter zeigen. Will ich dann auch nicht mehr, weil das ist schon ziemlich nervig, wenn du so aufnimmst und ewig fliegst du raus. Da sollten die dann auch mal ein bisschen was dran machen, dass das nicht so ist. Alles klar, dann würde ich sagen, wir müssen hier ja noch eine Runde weitermachen. Und nach der Runde weiter gucken wir dann, wie es aussieht. Bis gleich. So, klicken wir da mal drauf. Steampunk ist dran. Was passiert hier so? Ah, da ist eine Einheit. Okay, da haben sich welche daneben gestellt. Okay, jetzt schon auswendig die Züge von der KI. Wasteland. Wir sind durch. Ja, wir sind hier auf jeden Fall allein auf weiter Flur. Das macht nicht unbedingt Sinn. Deswegen rücken wir da zurück. Das ist schon mal erledigt. Nächster Schritt. Und das Spiel ist schon wieder abgestürzt. So kurzfristig. Eben hat es wenigstens relativ lange gedauert. Ein paar Minuten. Jetzt ist es schon nach Sekunden abgestürzt. Also das bringt jetzt wirklich nichts mehr. Also ich sag mal so, das ist jetzt richtig schade eigentlich, weil ich finde das Spiel eigentlich gar nicht schlecht. Aber diese Abstürze, die sind schon ziemlich nervig. Das ist nicht das erste Mal. Das war auch schon in anderen Folgen so. Das war aber dann einmal und das zweite Video hat funktioniert. Und jetzt funktioniert es gerade gar nicht. Es gab auch ein Update, glaube. Und vielleicht hat das Update das kaputt gemacht. Ich weiß es nicht. Also das ist ein bisschen schade jetzt. Das weiß ich auch nicht, was wir da machen sollen. Aber ja, lassen wir es mal so, wie es ist. Ihr seht jetzt mal gerade hier noch das Intro, wie das dann so startet. Hier mit dieser Dampfmaschine oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Sieht auch wie eine Schreibmaschine, hatte ich erst gedacht. Eine alte, aber ist es dann wohl doch nicht, oder? Nee, weiß nicht, was es ist. Okay, ich sag mal, ich mach da jetzt nicht weiter. Ich denke mal, das Spiel ist richtig cool. Das kann man eigentlich bedenkenlos kaufen, wenn man das spielen möchte. Wenn man so eine Art der Spiele natürlich macht, strategiemäßig. Aber es ist schon richtig cool. Und wenn es dann nicht abstürzt, dann geht das wahrscheinlich auch. Aber momentan no go. Vielleicht gucke ich später mal, dass ich da nochmal was machen kann oder so. Weiß ich nicht. Aber diesmal ist es leider nur so, dass es ein kurzes Stück war. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Spiel gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, weil ich es vorgestellt habe. Dann könnt ihr die Glocke auch noch anmachen, ein Abo machen. Und dann könnt ihr auch noch einen Kommentar schreiben. Und ihr könnt auch gerne das auf anderen Kanälen teilen. Das wäre jetzt so noch, was ich sagen kann. Aber sonst, ich weiß nicht, ist jetzt ein bisschen doof hier. Ist jetzt schon wieder eingefroren? Ich glaube, es ist jetzt schon wieder eingefroren. Also, das geht gar nicht. Jetzt war nur das Intro da. Okay, ihr wisst Bescheid. Eigentlich eine Kaufempfehlung, aber Buggy geht gar nicht. Also, ist natürlich auch noch nicht raus, glaube ich. Oder es war, glaube ich, der 17.10.22, wann es rauskommt. Ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt. Aber es dauert noch ein klein bisschen. Aber da müssen wir noch dran arbeiten. Das letzte Update war doch richtig schlecht. Alles klar. Ich sage mal, wir sehen uns in irgendeiner anderen Vorschau oder sowas. Oder beim Let's Play oder sowas. Bis dann. Ciao. Ciao.